Hallo FreakyArmy, willkommen zu einem besonderen Video. Heute gibt es das versprochene 25.000 Abonnenten Spezial für euch. Es gibt eine 30 Euro Amazon Karte, eine 20 Euro Amazon Karte und jeweils 10 Euro Karten von PSN, Xbox, Steam, Saturn und MediaMarkt zu gewinnen. Also insgesamt 100 Euro. Um teilzunehmen müsst ihr diesen Kanal abonniert haben. Und meinen zweiten Kanal auch. Und die Rätsel in diesem Video lösen. Die Antworten für die Rätsel könnt ihr an diese E-Mail Adresse senden. Die Gewinner werden natürlich per Zufall ausgelost. Legen wir los. Es sind wirklich leichte Fragen. Kommen wir zur ersten Frage. Welches Gewicht will keiner verlieren? Die zweite Frage ist. Daniel und Holger haben 60 Euro, die so geteilt werden sollen, dass Holger 1 Euro mehr hat als Daniel. Wie viel Euro bekommt jeder? Kommen wir zur dritten Frage. Was kommt einmal in jeder Minute, zweimal in jedem Moment, aber nie in 1000 Jahren vor? Ihr habt jetzt genau eine Woche Zeit zum Überlegen. Die Antworten schickt ihr einfach per E-Mail an mich. An diese E-Mail Adresse. Vergisst nicht. Um teilzunehmen müsst ihr diesen Kanal und meinen zweiten Kanal auch abonniert haben. Viel Glück und viel Spaß mit den Rätseln. Ciao.